Die Lesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 5. Juni Wenn ich Weiß sagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetze, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. 1. Korinther 13, Vers 2 Manchmal haben wir uns sicher schon gefragt, woher kommt es eigentlich, dass das Zeugnis der Christen bei uns so wenig Wirkung hat. Dabei wollen wir nicht nur an die Beamteten und Prediger denken, sondern vor allem an uns selber. Warum geht so wenig Wirkung von unserem Zeugnis aus? Mit meinem Auto hatte ich eine Zeit lang viel Kummer. Immer wieder versagte der Wagen, wenn er heiß geworden war. In der Werkstatt suchten sie und fanden nichts. Bis eines Tages der Meister den Wagen selber fuhr. Da entdeckte er den versteckten Fehler. So ist wohl auch ein heimlicher Fehler in dem reichhaltigen christlichen Betrieb unserer Tage. Wo mag der Fehler stecken? In unserem Textwort deckt der Apostel Paulus ihn auf. Und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Man kann ein Zeugnis von Jesus ablegen, aber im Grunde ist es bestimmt von Rechthaberei und nicht von der Liebe zu Menschen. Zu den Menschen, die Jesus ja so unendlich geliebt hat, dass er am Kreuz für sie starb. Man kann große Gottesgeheimnisse aussprechen, aber es fehlt die Liebe zu den Verlorenen, die Jesus doch erretten will vom ewigen Verderben. Man kann mit seinem Glauben turmhoch über den anderen stehen, aber es fehlt die suchende Liebe, mit der der gute Hirte verlorene Schafe sucht. Politische Parteien können bessere Redner haben als die Christenheit. Kühlschrankfabriken haben sicher erfolgreichere Propagandisten, als Jesus sie hat. Brauchen wir bessere Redner? Erfolgreichere Propagandisten des Evangeliums? Nein, mehr Liebe brauchen wir. Herr, schenke uns doch rechte Liebe als Frucht deines Heiligen Geistes. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich. Jesus Christus segne dich. Vielen Dank.